so ich zeige euch wie man den wagenheber modus am vw phaeton aktiviert also erstmal die zündung einschalten so habt ihr diese zwei knöpfe sollt ihr drücken und halten so jetzt der wagenheber modus drin aktiviert und jetzt zum ausschalten einfach wieder halten so jetzt seht ihr das kleine zeichen ist weg wagenheber modus ist wieder deaktiviert